Das gleiche Procedure wie jedes Jahr, James. In jedem von euch steckt ein bisschen James. Abwechselnd schlüpft ihr in die Rolle des Butlers und spielt Szenen des TV-Klassikers nach. Wie war das nochmal mit dem zweiten Gang? Du kannst jetzt den Fisch servieren. Und was sagt Admiral Von Schneider? Skall. Erst das Glas und dann der Toast? Die Reihenfolge wird zufällig bestimmt. Merkt sie euch, denn schleicht sich ein Fehler ein, gibt es einen Schwipschip. Wer sich bis zum Schluss alles merken kann, gewinnt. Fällst du aus der Rolle, bekommst du prompt die Rechnung serviert. Dinner for One – das Partyspiel zum TV-Klassiker von Ravensburger. Der Toast der Lebewesen von Ravensburger. Untertitelung des ZDF, 2020